Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Romantoposten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Heli, Frau Mock. Bericht über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Sicher. Sie haben einen bewaffneten Einbringling gestartet. Erwarten wir noch andere? Vermut. Na? Wie kriegen wir denn jetzt? Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Ich hab... Keine. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Äh, warte mal. Das bedeutet... Nee. Wie konnte ich nochmal... Eilen? Nein. Äh, wie konnte ich nochmal... Nein. Genau, das ist gut. So. Boah, sind das viele. Wenn ich den töte, werden die das sicherlich merken. Oh. 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 Wow. Ja. Hat alles geklappt. Oh. 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 dann sammeln wir doch mal alles da kann ich nicht trocken ich würde einmal hier rein auf meine Munition haben wir hier noch wo sie nach war hat ihre stimme mir immer kraft gegeben wenn sie die hoffnung verliert erwecke ich sie neu allerdings muss ich gestehen dass ich mir sorgen um sie mache sie ist krank ja aber meine sorge gilt ihrer entschlossenheit ich fürchte dass etwas von ihr in der zeit bei den crofts verloren ging sie muss ihre gefühle für lord croft so gut gespielt haben dass sie wahr wurden ich fürchte das hat sich auf lara übertragen oh oh ach guck mal ah ne es ist nur folie gewesen so wo sind denn noch die restlichen leute ah da komme ich hoch hey die leichen sind verschwunden doch gar nicht mal so geil ich wollte mir eigentlich noch ein paar von denen oder ich wollte mir da noch was zurückholen na kann ich da nicht rein ach schade ich dachte ich könnte von da oben so geil rein bringen geht aber nicht schade gut dann ähm ich kenne einen weg das innere tor zu öffnen gehen sie zum hof ich bin schon drin wieso müssen wir eigentlich hier alles töten wenn jacob schon längst drin ist ja 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 holen wir hier noch was aah ein gift bleib juhu so wir müssen jetzt in der Nähe Einen sicheren Posten A. Erna, ich muss da reinkommen. Jakob, was macht er da? Scheiße, vorsichtig Lara. Super. Ah. Oh, Manu. Was für ein... Was scheiß passiert denn mit mir immer? So, jetzt aber. Zack. Unter. Hier hoch. Weiter. Hoch. Hier. 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 Wald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. So lange Du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir, all das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Schwester? Immer. Okay. Das, äh... Was tun Sie? Check. Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Weg hier! 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 Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Verdammt, ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren, das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen. Mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Okay. Gut. Egal. Raus hier. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Komisch. Also. Kann damit kein Geheimnis mehr finden. Ist irgendwie... Ah ja.